Auf Sizilien haben wir uns in Pasta alla Norma verliebt. Und mit unserem neuen Kochbuch, Everyday Cooking, kannst du sie auch zu Hause jeden Tag nachkochen. Für die Zutaten musst du auch nicht unbedingt auf einen Markt in Italien. Alles, was du für unsere Everyday-Version brauchst, ist super simpel und findest du genauso in jedem heimischen Supermarkt. Sie ist zwar nicht von einer italienischen Nonna gekocht, aber wir sind uns sicher, diese Pasta bringt dir auch an grauen Wintertagen die Sonne Siziliens auf deinen Teller. Noch mehr Rezepte, die jeden Tag zum Genuss machen, findest du in unserem neuen Kochbuch.